Relativ rasch jetzt hier, damit wir auch noch Diskussionsrauben haben, es ist nicht zu lange, bis wir zu den Maßnahmen kommen. Vorhin war das alte Papier, sich kurz angucken, können der ARP-Klinik zusammen hier das aktuelle Thesenpapier, was auf der Homepage geschaltet ist und aus dem aktuellen Flyer. Sonst werden insgesamt sieben Maßnahmen vorgeschlagen. Es wird vorgeschlagen, Wiedereinführung von Grenzkontrollen, Wiesumpflicht für Länder des Westbalkans, Asylanträge nur aus den Herkunfts-Ländern, und zwar an den Botschaften und den Nachbarländern, Asylanträge aus sicheren Herkunfts-Staten innerhalb 48 Stunden bearbeiten, die Liste der sicheren Herkunftsländer erweitert, nur Sachleistungen für Asylbewerber und Kostenerstattung durch Rechtswidrigsverfahren der EU-Länder. Weiterhin ist in der AfD teilweise diskutiert und wird auf einzelnen Landes-Homepagen beschrieben, man will die Schlepperbanden bekämpfen, gerechtere Verteidigungsquo innerhalb der EU, oder wie Herr Zellers als Einsatz, als Ein-Euro-Jobber oder Ausbildung als Entwicklungshilfer. Als Entwicklungshilfer und als Besonderes ständig diskutiert wird, kommen wir zum Schluss noch dazu, eine Obergrenze für das Asylrecht einzuführen. Meine Damen und Herren, leider ist all das, wie wir sehen, sehr, sehr mager und sehr wenig hilfreich. Vieles davon ist sogar unrealistisch oder aufgrund einer ganz einfachen Sache, aufgrund mangelhafter Abschiebung und ständiger Duldungen wirkungslos. Die Wiedereinführung der Grenzkontrollen hatten wir, hat nichts gebraucht. Außerdem, was hilft es zu zählen, Entschuldigung. Das haben wir nur gezählt. Das haben wir nicht abgewiesen. Es gab da keine Sicherung. Die Visumflücht für Länder des Westbalkans, die wird also auch nichts bringen, weil die kommen sowieso. Die laufen sowieso überlaufen. Asylanträge nur aus den Herkunft, das ist die alte Lucke-Idee mit dem Botschaftsasyl. Der Lucke hatte sowieso immer diesen Tick mit seiner Schweiz. Und die Schweiz hat das mal versucht, Asylanträge in Botschaften nur zu machen. Das hat sich leider bis heute noch gehalten. Diese Idee, die Schweiz hat längst Abstand davon genommen, weil sie festgestellt haben, das erhöht die Anträge enorm. Das gibt einen enormen, und das geht dann auch selektiv und nur auf die Schweiz. Weil die haben überall Botschaften, man kann schneller in die Schweizer Botschaften eben mal reingehen und dort einen Antrag speziell für die Schweiz fällt, als im Schweizer Grenzkläuschen die zu stellen. Das hat Asylanträge aus sicheren Herkunftsstaaten innerhalb 48 Stunden bearbeitet. Das wird tatsächlich was bringen. Nein, das ist gegen das Grundgesetz. Nein, doch nicht. Die innerhalb von 48 Stunden bearbeitet ist nicht gegen das Grundgesetz. Es ist gegen das Grundgesetz. Sie dürften gar nicht erst hier sein, wenn Sie aus sicheren Herkunftsstaaten. Ah, das ist gut. Auf den zuwollte ich am Ende kommen. Sein ist. Also Asylanträge, doch, es gibt welche. Es gibt sogar welche. Da kommen wir gleich genauer dazu. Innerhalb von 48 Stunden, das ist aber allein charmell unmöglich. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie und wie das entsprechende Personal am Ende seiner Klasse ist, was sie gemacht hat. Wir haben überhaupt gar niemanden mehr. Es ist nicht nur die Polizei, es sind auch aus allen möglichen Ämtern Leute abgezogen worden. Die Potenziale haben wir dann. Die Liste der sicheren Herkunftsländer erweitert. Das ist eines der problematischsten Geschichten. Und da ist sogar ganz aktuell, sehe ich, was extrem problematisch ist. Das ist nämlich die Türkei. Es ist ein Unding-Sondergleichen. Ein Land, in dem britische Journalisten verfolgt werden. Und in dem teilweise Christen verfolgt werden. In dem die Kurden derartig verfolgt werden, dass eine sehr große Anzahl von Kurden hier auch ins Asyl bekommen wird. Ein solches Land zum sicheren Herkunftsstand zu erklären. Das ist eine ganz heikle Geschichte. Die neueste Argumentation, noch keine 24 Stunden von Herrn Altmaier, ist nahezu pervers, muss ich Ihnen sagen. Es wird gesagt, die Türkei sei ein Beitrittskandidat für die EU. Beitrittskandidat für die EU dürfen sie nur werden, wenn sie nicht das Herkunftsstand zu machen. Daraus sollte man nicht wirklich den Schluss ziehen. Nee, nee, am Ende. Ich wollte mir nichts sagen. Die Türkei hat keine Grenzen mit Deutschland. Dazwischen wegen aber Sie, die sehr gut sind. Ja, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Das kommt genau. Genau, was Sie sagen wollen, kommt. Waren Sie damit noch. Das ist jetzt bitte ein bisschen, ich gebe Ihnen 100% gleich im Endeffekt. Daraus jetzt den Schluss zu ziehen, aha, es ist ein Beitrittskandidat, demzufolge muss sich das Herkunftsstand sein. Das ist wirklich eine völlige Umkehr, die jeglich nicht so, also mit den sicheren Herkunftsstand. Nur Sachleistung für Asylbewerber glauben Sie nicht, dass das jemand wirklich abschreckt, die Sachleistung zu haben. Und die Forderung nach Kostenerstattung, die rechtswidrig verfahrenen EU-Länder, die können Sie wohl stellen in der EU. Das können wir ruhig sagen, wenn andere EU-Länder, also als wenn Sie Herrn Hahn rumkümmern würden, die Meinung ist doch sowieso klar. Wie die EU-Länder sagen, das was hier als sogenanntes Asylkaos, als Krise existiert hat, Deutschland hat Merkel verursacht. Warum sollen wir jetzt dafür zahlen? Dann muss man sagen, es hat eine gewisse Logik. Dann Schlepperbanden bekämpfen, aber das kann ich natürlich immer sagen. Aber wie möchte ich, dann möchte ich mal sehen, wie man die Schlepperbanden in Libyen bekämpfen wird. Und sofort Merkel verhaften. Bitte? Und sofort Merkel verhaften. Wurde er in Libyen? Nein. Die Merkel verhaften. Die schreibt ja alle rein. Ach, die Merkel haben sie verhaften. Die ist im Mut. Hau leider nicht weg. Die ist im Mut. Die rechte Verteidigungsponilat der EU. Das ist albern. Das ist wirklich genau dieses Argument. Und diese Vorschläge, Einsatz als ein Eurojobber oder Ausbildung als ein Entwicklungshelfer, greift insofern völlig daneben. Es kommt nicht darauf an, wie wir die verwenden. Sondern es kommt darauf an, es zu verhindern, was hier in unser Land einstreuen. Das ist wirklich eine sehr problematische Politik. Deshalb, wir gerne kommen hier, weil ich will mir für Schluss noch mal aufbehalten, zu der Frage, Obergrenze für das Asylrecht. Eine sehr problematische Forderung. Wo wir es jetzt kürzlich gesehen haben, ist Markus Brötzell beim Friedmann, der voll in diese Fallerei gelaufen ist. Da werde ich sagen, da werde ich sie gleich extra noch mal. Das ist mir so wichtig, dieses Thema. Ist das nachher nochmal extra anstatt? Also dafür ist vieles total realistisch. Äh, was da... Äh, wenn wir haben... Wir haben vor allen Dingen ein Problem. Das müssen wir ganz klar sagen. Wenn wir, wenn die Leute einmal da sind, werden wir sie nicht mehr los. Wir werden sie nicht mehr los. Äh, es ist derartig schwierig, Abschiebungen durchzusetzen. Oder gar Double-3-Verordnung ist jetzt nicht nur die Zuständigkeit für das Land, sondern es gibt auch genau die Haftgründe an. Das kriegen sie in Deutschland überhaupt nicht durch. Äh, ich... Man kann zwar die Forderung auf die, wie ich sagen will, Duldung generell vermeiden und auf vier Worte zu befrissen und nicht Verlängerung möglich. Aber das ist ein Riesenproblem. Es wird jetzt gesagt, man will schneller abschieben. Klasse. In Nordrhein-Westfalen sind zur Zeit 52.000 abgelehnte Asylbewerber. Von diesen 52.000 haben wir 40.000 eine Duldung. Die fallen also gar nicht darunter. Wenn wir jetzt loslegen würden und abschieben würden, würde das nur 12.000 hier bei uns in NRW betreffen. 40.000 haben eine Duldung. Das Duldungsrecht ist nämlich ein ganz problematisches Nachhinein. Jede Kreis, jede kreisfreie Stadt hat eine Ausländerbehörde. Und eine Ausländerbehörde darf Duldungen aussprechen. Das ist vielleicht nicht ganz unvernünftig, wenn man zum Beispiel ganz klar abschieben muss. Und man hat eine Frau, die ist hochschwanger und würde in ein, zwei Wochen ihr Kind bekommen. Dass man dann sagt, da dulden wir. Ich spreche mal eine bestimmte Duldung raus. Darauf warten wir noch. Dann ist das eigentlich humanitär okay. Das Problem ist nur, die Ausländerbehörden haben das Recht, auf zwei Jahre die Duldung auszusprechen. Und die Duldungen werden auf zwei Jahre ausgesprochen. Und ebenfalls, die Duldungen sind unendlich oft wiederholbar. Und damit, was wir aus humanitären Gründen geplant haben, wird eine Sache völlig zur Albernheit und zu einem dauerhaften Bleiberecht. Deshalb sage ich immer, es gibt inzwischen für Duldungen exakt vier Gründe. Diese vier Gründe sind Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es wird nur noch geduldet. Es ist ein Schritt für unmöglich. Und selbst wenn es mal nicht gemacht wird, ergeben sich die absurdesten Geschichten. Also ich erzähle gerne von einem direkten Bericht von Herrn Baumann aus dem Bundesfachausschuss in Hamburg. Das zeigt einmal, wie das so funktioniert. Da ist eine schwarz-afrikanische Familie angekommen. Papa, Mama und vier Kinder. Da ist schon, ich bin es vorgezeichnet, die ganze Leipzig ist nicht so. Also, wenn sie nicht politisch verfolgt, nicht aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebiet, kein subsidierer Schutzbruch, kein Abschiebeverbot, ja. Aber die Mutter war gerade sehr hochschwanger und man hat eine Duldung ausgesprochen, für zwei Jahre. Mit zwei Jahren kamen sie wieder, weil inzwischen schon das nächste Kind hat. Und man hat sie inzwischen schon zu sechst. Und mit großen, auf die Tränen grünen drücken, haben sie nochmal zwei Jahre Duldung bekommen. Als sie dann wieder ankamen, nee, das geschickte er zu Ende. Als sie wieder ankamen, war es dann sogar diese Ausländerbehörde zu viel. Und die haben gesagt, Schluss aus, jetzt wird abgeschoben. Es gibt hier kein Duldungsverbot. Darauf hat diese Familie sich da angewendet, wo man sich hinwenden kann. Das ist für Pro Asyl. Pro Asyl hat er mit denen Kontakt aufgenommen und sie kam dann an und hat gesagt, ja, für ihr letztes Kind, das sie jetzt gekriegt hat, wäre es ein anderer Vater. Und sie präsentierte einen Hamburger Bürger aus dem Nichtsesshaftenbereich, der die Vaterschaft für das Kind überlaufen hat. Eine Vaterschaft wird in Deutschland erst einmal so nicht anfängt, weil das wird geglaubt. Ihr und Familie steht in dem besonderen Schutz des Staates. Man muss schon besondere Gründe haben, wenn man eine Vaterschaft anzweifelt will. Zum Beispiel, wenn Sie sagen will, ich bin es gewesen, ne? Dann könnte man das eventuell testen. Also, der Vater nun ein Deutscher ist, hat das Kind natürlich eine Bleibeberechtigung in Deutschland. Wenn das Kind eine Bleibeberechtigung in Deutschland hat, hat natürlich die Mutter eine Bleibeberechtigung. Wenn die Frau nun eine Bleibeberechtigung hat, hat man nicht alle ihre weiteren Kinder eine Bleibeberechtigung. Wenn diese Kinder eine Bleibeberechtigung haben, hat natürlich auch deren Leiblicher Vater eine Bleibeberechtigung. Kurzum, das Problem war gelöst. Und dafür gibt es einen Eimer nach für die Leute, damit die sich das die ganzen Tricks einlesen. Ja, kann man heruntergucken, was da für Tricks und Methoden gibt. Und selbst wenn das, wenn es einem gar nichts mehr anfällt, ist es extrem schwierig abzuschieben. Es gibt ja Telefontechnik, wo man schicken, die steht von laut in der Maschine, wo man das nur Lager oder nur Langer, was weiß ich, ausspricht. Und man ruft nur Lager durch. Und wenn die Polizei zum Abschieben kommt, sind da 50 bis 120 Leute. Und die stehen aber bereit und wollen schützen. Also es müsste zu einem massiven Kampfansatz der Polizei kommen. Es gibt Städte wie Osnabrück, die sagen, das machen wir überhaupt nicht. Wir tun es nicht mehr. Wir können ja nicht unsere Polizeibeamte dafür verheizen, in solche Schachten reinzugeben. Weil es fehlt am Ende sowieso nichts. Und wenn sie ankommen, wird dann eine fissende Familie. Und einer ist garantiert nicht da, einer ist garantiert Scherkramm. Mindestens hat er einen positiven Tuberkulintest für die alle. Und kann da nochmal ein Abschiffverbot gesetzt. Und selbst wenn es dann dazu kommt, wird Randale gemacht, bis in die Flugzeuge rein. Die Maschinen fliegen nicht mehr. Die einzige Fluglinie, die noch fliegt, ist bei Berlin. Und selbst dort zeigen manchmal die Piloten, wenn die Randale zu viel ist. Sie sind hier für die Sicherheit verantwortet. Dann wird die Maschine nicht das Rollstuhl verlassen. Also es ist wirklich absurd, was da so abläuft. Mangelhafte Abschiffung und ständige Duldung machen auch diese Sache im Grunde genommen alle Zwiebeln. Die Familie, das Kind, wird hier geboren. Das ist ja ganz wichtig, aber das Kind hätte geboren, deutsch. Genau. Haben die dann nicht auch... Nein, das Kind ist dann noch kein möglicher Deutscher. Jetzt hat man mit Deutsch die Vaterschaft geboren. Ach so. Sonst ist es nicht wieder mehr. Es ist nicht so wieder mehr. Das ist Frankreich. Das wäre meine Frage auch gerade gewesen. Nein, das ist das französische Recht. Frankreich ist in Frankreich geboren, ist deutsch, jetzt wäre ein fremdeutschen Abstand. Vielen Dank.